So, als nächstes Gerechtigkeit der Straße. Wir fangen mit Keilerei auf dem Dach, dann natürliche Lektion und dann der Stärks überlebt. Bin ich ja mal gespannt. So, was nehmen wir denn? Ja, verminderte Gesundheit machen wir. Gut, machen wir es auch. Tollende Projektile. Habe ich gleich alles aktiviert. Also, Kontanzeige habe ich ausgeschaltet und dass meine Projektile sofort ausschalten. Mit Catwoman habe ich die aber sehr selten eigentlich verwendet. Von daher sollte das trotzdem kein Problem sein. Und wie ihr sehen könnt, regeneriert sich die Energie eben laufend der Kombo zurück. Du würdest doch kein Mädchen schlagen. Beziehungsweise am Ende eine Runde immer. Ein Stückchen. Ihr werdet jetzt ein bisschen Spaß haben, Catwoman. Ach, das war keine vollständige Kombo mehr. Egal. Habe ich gut abgeschätzt. So, nochmal Breakdancen. Mal sehen, ob er... Ey, ich habe Klingdrucken-Ausschalten hingekriegt. Perfekt. Die schalten wir so aus. Und du kriegst einen Niederschlagabschussbonus. Gut, Snäschbe. Dann haben wir gleich meine zweite Medaille. Ja, bei dem hier. Der hat gefragt. Ich habe es genau gesehen. Oh, wie sie alle fallen. Glaube ich nicht. Aber dir vielleicht. Das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte eher sowas machen. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Schiss. Ich habe nämlich ein bisschen trainiert. Das Klingdrucken-Ausschalten. Deswegen bin ich darin besser geworden. Wie ihr sehen könnt. Und du kriegst als letzter so eine Packung. Boah. Voll der Hedden hat. Aber ich glaube, das war erst die dritte Runde, oder? Kann das sein? Ja, das war die dritte Runde. Ja, irgendwie... Haben die was falsch verstanden. Ha! Ach, jetzt habe ich nur die Combo für uns. Na, was mache ich denn? Wurz! Ja, schöner Glitch. Ah, der war schön am Abspaste in der Typ. Wie ihr sehen konntet. Ein 50.000. Als Endresultat. Dabei war das erst einmal... Die erste Schlägerei. Schlägerei! Es gibt eine Keilerei! So eine Schlägerei! So! Mal im Ernst. Ihr habt keine Chance, Jungs. Was machen wir ein Feines? Katzendecke. Führer, während du in der Decke entlangklettest, einen Ausschalt gegen einen Gegner unter dir durch. Kein Problem. GT-Kot-Führer, einen Ausschalt gegen einen Gegner durch, während du unter einem Boden geht, ist auch kein Problem. Und gute Reise, rutsche in deinen Gegner und schalte ihn im Boden aus. Ich will nicht kurz was überprüfen. Wir haben da oben... Ich würde gerne was experimentieren. Darf ich mich da... Nein, darf ich nicht. Okay. Wir machen mal ein bisschen Lämmen. Dieser Raum ist halt das Beste, was dieser gottvergessene Sündenwohl von Gefängnis zu bieten hat. Ihr Ignorantenwürstchen seid beinahe so intelligent wie ein schwachsinniger Atten. Was ist passiert? So, locken wir mal einen hier rüber. Ähm. Mach's am besten von hier aus. Spürst du schon den Druck? Na, wo kommt denn einer? Da kommt einer. Das war dein Fehler, Bursche. Das gefällt mir nicht. So, Medaille Nummer 1. Da drüben holen wir uns Medaille Nummer 2. Die Katze hat also ein Mäuschen gefangen. Wie vorhersehbar. Ich weiß, dass die zwar die Gitter untersuchen, aber nicht, wenn ich weit genug weggehe. Jetzt warten wir erst mal, wo die alle hinrennen. Na, ein paar kommen... Einer kommt nämlich hier lang. Deswegen warten wir. Wir werden nichts riskieren. So, aber jetzt hauen wir ab. Was muss ich noch machen? Auch einen in den Gegner hineinrutschen. Das kann ich auch beim letzten machen. Oder ich mach's mit dem hier. So. Und wir hauen ab. Oh nein, dahin wollte ich nicht. Scheiße. Lass los! Okay, so geht's auch. Boah, das war knapp. Hä? Wer hat mich gesehen? Das war eigentlich nicht beabsichtigt. Komm mit dir hier runter. Mist, ich hab sie verloren. Sie ist weg. Hoffentlich denkst du nicht, dass du irgendeinen Sieg über mich errungen hast. Das war keiner. Okay, okay. Vielleicht... Hier drüben liegt noch einer. Ja, hier auch. Kann ich die da eigentlich runterreißen? Hat nicht so eine tolle Funktion wie... Oh, jetzt probieren wir mal was. Vorsprung doppelt ausschalten. Hahaha. Und das waren die letzten. Das war ja ein geiler Abschluss. So was hab ich dir noch nie gemacht. Aber das war... Der sah doch nicht schlecht aus. Der Abschluss, wie ich die da runtergerissen hab. All right. Damit haben wir... Keine... Hindernisse befunden. Ich weiß nicht, ob ich mich in Gesellschaft von so hässlichen Typen wohlfühle. Da weiß ich auch nicht. Dich fertig? Sprech dich aus. Jetzt hab ich auch wieder den Mist gemacht. Ich wollte eigentlich das da machen. Kick in the face. Und habe mein Kommen unterbrochen. Das war nicht gut. Not gut, 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 gut. Not gut, 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 gut. Du musst doch dein Mädchen schlagen, oder? Ey, ich hab Platin in diesem Spiel jetzt geholt. Also glaube ich kaum, dass du irgend sowas wirst. Und Schiss. Und Schiss. Und Schiss. Das glaub ich kaum. Und alles Gute von oben. Das war ein schöner Bonus-Multiplikator. Muss man mal sagen. Ein Man-Touchable. Hohohoho. Ey. Sauhund. Der hat meine... Meinen Perfect-Night-Bonus ruiniert. Jetzt tanzen wir ein bisschen. Ach, was mach ich denn? Ich war etwas zu schnell. Das sagtest du bereits. Lass dir was Neues einfallen. Und... damit... hat sie es gleich für euch. Bist du der Letzte? Nein. Achso, die sind nochmal aufgestanden alle. Kurz Nechglö. Das war glaube ich erst Runde 2 oder 3, ne? Ja, Runde 3. Die Runde, die mir dieser Babsack verhunzt hat. Weißt du was? Jetzt machen wir mal einen Durchgang. Versuchen wir mal ohne Gadgets. Eine durchgehende Kombo. Wenn ich es nicht verhunze. Weil ich hier gerade... Weil ich gerade nichts gesehen habe. Wegen dem Vorhang. Schauen wir mal, wie hoch wir die kriegen. Was? Ich habe keine Schmerzen. Hast du Schmerzen? Irgendwie... Weiß ich nicht. Das ist echt mal ein schönes Experiment zu gucken, wie hoch hier eine Kombo gehen würde. Außer ich verhunze es jetzt. Dann mache ich irgendwelche Sondermoves oder was auch immer. Wo ist es her? 93. Hätte man bestimmt noch auf 100 hoch buxieren können, hätte man irgendwie Niederschlag oder so gemacht. Aber wollte ich nicht ausprobieren. Ich wollte es so dadurch. Kampagne abgeschlossen. Ich will nicht. Däалt. Anhalt.